In Folge 11 geht es um die Minipage-Umgebung und wie man diese Minipage durch einen Rahmen noch deutlicher hervorheben kann. Die Minipage wird eingeleitet durch den Befehl Beginminipage, dann kommt ein optionaler Parameter T, B oder C, T für Top, also die oberste Zeile der Minipage wird es auf Höhe der Textzeile oder an einem Button der Textzeile, wenn nichts steht oder ein C, dann habe ich das Ganze zentriert. Danach folgt in geschweiften Klammern die Breite, zum Beispiel 0.5 backslash tagswith, wenn ich die Hälfte der normalen Breite nehmen möchte, dann der Inhalt der Minipage und das Ganze endet dann wieder mit endminipage. Wenn ich das Ganze nun, wie gesagt, durch einen Rahmen hervorheben möchte, das Ganze kann ich dann auch für Formeln machen, verwende ich den Befehl boxed. Typische Anwendungen der Minipage sind es, wenn ich zwei Tabellen nebeneinander setzen möchte oder zwei Abbildungen oder wenn ich bedingt durch Platz oder Design gerne meine Beschreibung neben die Abbildung setzen möchte. Schauen wir uns das Ganze mal gleich in zwei Beispielen an. Ein Beispiel hatte ich euch ja gerade schon gezeigt mit dem Hinweis, einmal ein T zu verwenden für T für Top, B für Bottom. Das andere ist, dass ich hier auch schon gleich den Befehl boxed verwendet habe, um die Minipage direkt durch einen Rahmen hervorzuheben. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal ein zweites Beispiel an, wie Text nebeneinander geschrieben werden kann. Dann, nacheinander folgen nun, nachdem ich eine Leerzeile habe, der Befehl noindent, um keinen Einzug zu haben. Dann eine Minipage-Umgebung, jetzt hier mit 0,48 mal der Textbreite. Dann ein H-Fill, V-Rule, H-Fill-Befehl. Das bedeutet, mit Abstand auffüllen. Dann einen vertikalen Strich und wieder mit Abstand auffüllen, damit es symmetrisch ist. Und drücke dann meine Minipage nach links und rechts an die Textbreite, also ein Rand meiner eigentlich stehenden Textes. Wieder hier mit 0,48 der Textbreite. Das Ganze schließe ich dann wieder ab durch eine Leerzeile. Das heißt also, dieser Absatz wird dann beendet und danach geht der Text eigentlich wieder über die ganze Textbreite weiter. So, das war es für diese Sequenz. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Tabellen. Also, tschüss!